Let's go. Fangen wir mit Julian Bams offizielles Musikvideo zu Bibis, äh, zu Bibis, äh, hier, Dings an. Wie heißt das? Schwangerschaft. Äh, ist noch Platz 2 für die Trends. Gucken wir mal rein. Julian Bam changes...herzchen. Also genau die gleiche Überschrift, die Bibi gewählt hat für ihr Video, in der der Bibi ihre Schwangerschaft angekündigt hat. Ich bin sehr gespannt. Es wird was mit Bibis Schwangerschaft zu tun haben, weil sonst würde es nicht so heißen. Aber es ist ein Musikvideo. Mal gucken. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Oh, wie traurig. Oh mein Gott. Oh, das ist so, das ist richtig bitter. So was. Du hast einen, Julian, aber leider nicht mich. Oh, das, das berührt mein Herz, Julian. Es tut mir leid für dich, es tut mir leid. Oh, feels bad, man. Oh, feels bad, man. Boah, stell dir mal vor, sowas wäre ernst gemeint. Das wäre, das, stell dir mal vor, jemand würde wirklich ein Video hochladen, was wirklich so ernst gemeint wäre. Und es würde jetzt an Bibi hochladen, so ein Julian oder Julian oder Julian oder whatever. Und er sagt dann, du hast einen Julian, aber nicht mich und so. Das wäre so, das wäre so traurig. Mein Herz würde zerbrechen, glaube ich. Aber leider nicht mich, wirst niemals anrufen. Für sweet cherry kisses, gedacht, dass du mich brauchst. Wie ein tasty Donut, mir gehen die Worte aus. Das ist stark, dass man auch so einen abgesegten Baum filmt. Ich glaube, das wird alles verändern, alles Glück der Welt für dich. Halleluja, meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Die Presse macht gut Klicks, jeder berichtet über dich. Fünf Millionen Menschen waren blind, da ist kein Songwirt, sondern ein Kind. Klar, dass dich jetzt jeder liebt, ein Fail, alle wieder negativ. Ja, genau so funktionieren wir. Die Gesellschaft muss an alles kommentieren. Auch wenn du noch im Bauch bist, sind alle Augen auf dir. Pro Sekunde tausende klicken. Ist das nicht fasziniert, wie wir Menschen funktionieren? Was, was passiert hier? Was, was passiert hier in diesem Video? Oh mein Gott, auf einmal stehen da 100 Leute auf der Wiese, die voll ernst gucken. Was ist da los? Immer mehr Klatsch und Tratsch. Das geht einfach nicht in's Hirn. Darum sag ich nur, up, up, baby. Jetzt lauf ich einsam durch den Wack im Zonen, baby. Wo schiert denn, du bekommst jetzt bald ja so ein Baby. Ich glaub, das wird alles verändern, aber hauptsächlich für mich. Ey, das ist ja total, ist ja totaler Bullshit, was er da sagt, alles. Das ist ja ein komplettes Quatsch-Song. Aber es ist so, es ist so emotional, dass mich das schon traurig macht. Obwohl das ja, obwohl es ja nur eine, es hätte ich erst gemeint, aber irgendwie berührt mich das in meinem Herzen. Ist irgendwas falsch mit mir? Denn Baby, jetzt seht sich einsam hier im Wack in Zonen, Baby. Wo schiert denn, du bekommst jetzt bald ja so ein Baby. Ich glaub, das wird alles verändern, alles Glück der Welt für dich. Auch wenn ich's nicht wissen will, wird es dauernd gezeigt. Seid doch alle mal still, nur das Beste für euch drei. Auch wenn ich's nicht wissen will, ich mein das auch nicht gemeint. Seid doch alle mal still. Ich glaub, das wird alles verändern, aber hauptsächlich für mich. Denn Baby, jetzt lauf ich einsam durch den Wald ganz ohne Baby. Baby, wo schiert denn, du bekommst jetzt bald ja so ein Baby. Ich glaub, das wird alles verändern, aber hauptsächlich für mich. Denn Baby, jetzt lauf ich einsam durch den Wack in Zonen, Baby. Wo schiert denn, du bekommst jetzt bald ja so ein Baby. Ich glaub, das wird alles verändern, alles Glück der Welt für dich. Denn Baby, Baby. Baby, Baby. Ich glaub, das wird alles verändern, alles Glück der Welt für dich. Das war so emotional, Alter. Oh mein Gott. Wie kann so ein sinnloser Text und so eine Parodie eher, so ein Quatschsong. Es hat mich sehr berührt. Juice hast du sehr, sehr schön gemacht. Also ich hab auch mit was ganz anderem gerechnet. Ich hab mit was ganz anderem gerechnet und das ist jetzt wirklich so eine Ballade. Vor allem, dass er so, ja, also wirklich sehr schön gesungen, sehr schön gemachtes Video, Ju. Also du hast mich auf jeden Fall berührt. Ich fühle mit dir. Ich fühle mit dir, Ju. Ich fühle mit dir. Sehr, sehr stark. Ich muss jetzt meinen Apfelkuchen essen, so. Und dann geh ich mich gleich auf jeden Fall, geh ich gleich erstmal weinen. Nein! Mir ist meine Gabel auf den Boden gefallen. Okay, das ist noch trauriger. Fuck. Jetzt kann ich meinen Kuchen hier weiter essen. Außer wenn ich es so mache. Okay.